Ja, herzlich willkommen zurück zum Kompakt-Seminar Cyber Security und ich kann es hier schon lesen, Sie noch nicht. Wir werden uns jetzt mit dem Thema Lifehacking auseinandersetzen. Das heißt im Grunde genommen mal live erleben, was eigentlich passiert, wenn so ein Angriff erfolgt ist. Und neben mir hier auf meiner linken Seite steht Jens Otto vom Fraunhofer IOSB INA aus Lemko, wie ich schon sagte, nicht so weit entfernt. Er hat in Bielefeld studiert, ist Master of Science und sein Schwerpunkt ist eigentlich schon immer Informatik und Security gewesen, muss ich sagen, habe ich gelesen. Er hat als Programmierer gearbeitet, also er kennt auch die praktische Seite des Lebens, so will ich es mal formulieren, und Berater gearbeitet. Da hat er gesagt, okay, ich weiß auch, wie es geht im Grunde genommen und ist seit September 2012 in Lemko, also am Fraunhofer angestellt und er wird einen Lifehack hier präsentieren. Das heißt, sein Thema wird ein Lifehack sein und er wird es im Grunde genommen auch vorstellen. Und ich denke, Jens, das ist ein nicht beliebiges System, weil wir wollen nochmal ganz klar sagen, Hacking ist verboten. Punkt. Also das heißt, alles, was wir hier sehen, ist abgestimmt, im Grunde genommen nicht, dass irgendeiner sagt, oh, da gibt es die Möglichkeit, eine Abmahnung zu schreiben. So, wir haben nämlich eben über die Rechtsfragen ja schon diskutiert. Die Rechtslage beim Angriff ist eigentlich klar und ich war mal bei einer ähnlichen Veranstaltung im Publikum, das muss ich dazu sagen, und da hatte auch ein Referent im Grunde genommen einen Browser gestartet. Ich sage jetzt nicht welchen, weil die, die es wissen müssen, wissen es eh, welcher es ist. Und da hat er gesagt, okay, wenn ich jetzt hier weiter drücke, nachdem er durchgescannt hat, welche Systeme im Netz sichtbar sind, wenn ich jetzt hier weiter drücke, mache ich mich strafbar. Und wir drücken an der Stelle genau einen Schritt weiter. Und ich bin gespannt auf den Vortrag. Und Jens, bitte, deine Kamera, dein Vortrag. Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus. Mein Name ist Jens Otto, ich bin Gruppenleiter bei Fraunhofer und wir sind Teil der Initiative Lernlabor Cybersicherheit. Dabei geht es darum, kleine und mittelständische Unternehmen dazu zu befähigen, das Thema Cybersicherheit eigenständig umzusetzen. Und wir bieten halt deutschlandweit unterschiedliche Themenfelder an von Fraunhofer. Und in Lemgo und Karlsruhe befassen wir uns halt mit der industriellen Produktion und Industrie 4.0. Das heißt, in unseren Seminaren versuchen wir eigentlich, das Thema praktisch zu realisieren. Und auf der linken Seite sehen Sie auch unseren Lernkoffer. Das ist eine mobile Demonstrationsplattform, die wir entwickelt haben. Dabei geht es halt darum, alle handelsüblichen Automatisierungskomponenten in einen Koffer zu vereinen. Das werde ich gleich nochmal in einem Schaubild näher erläutern. Und hierbei ist halt einfach das Praktische, dass wir Cybersicherheit auch erlebbar gestalten wollen. Das heißt, bei uns können die Teilnehmer direkt auch so einen Prozess automatisieren. Das ist uns halt sehr wichtig, dass man halt von der Automatisierung hin zur Absicherung alle notwendigen Konzepte kennenlernt. Unten rechts habe ich Ihnen auch mal einfach eine beispielhafte Situation einer Schulung bei uns mitgebracht. Das heißt, wir haben halt fünf dieser Lernkoffer und bilden dann halt kleine heterogene Gruppen, um eben das Thema Cybersicherheit zu präsentieren. Dabei ist es halt ganz wichtig, dass unterschiedliche Akteure aus den Unternehmen zu uns kommen. Und oftmals ist es dann so, dass sie zum ersten Mal miteinander kommunizieren. Also nehmen wir einfach die OT-Abteilung und die IT-Abteilung. Und das Schöne bei uns ist halt, dass sie zusammenkommen und gegenseitig verstehen, wo eigentlich die Anforderungen des Anderen sind. Genau, das sind unsere Zielgruppen in dem Themenfeld industrielle Produktion. Das sind halt Planer, Entwickler, Betreiber von Automatisierungslösungen. Diesen Lernkoffer, den ich eben schon mal einmal kurz vorgestellt habe, den präsentieren wir auch auf Messen, um das Thema halt breit zu streuen. Was wir auch machen, sind verschiedene Themenveranstaltungen. Das heißt, Unternehmen kommen zu uns und wir gucken uns einzelne Technologien einfach an. Und das Schöne ist halt bei uns in Lembo, dass wir die Anbindung zur Smart Factory haben. Das heißt, wir können mit den Kunden direkt auf den Shopfloor gehen und die Sachen praktisch anschauen. Das sehen wir hier einmal auf der linken Seite. Das ist halt unsere Smart Factory. Das ist halt eine oder wir integrieren jetzt auch neuerdings eine Realproduktion. Und das heißt, alle unsere entwickelten Technologien können wir auch eben praxisnah demonstrieren. Das ist uns sehr wichtig, sodass man eben nicht nur Powerpoint hat, sondern eben auch einfach direkt was vorstellen kann. Und da haben wir eben das Lernlabor Cybersicherheit angebunden. Das ist auch noch mal ein extra Labor. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, die Forschungsergebnisse direkt zu transportieren. Wo unterstützen wir unsere Kunden? Im Endeffekt geht alles um die IEC 62443. Das ist bei uns immer der Einstieg. Und dann je nachdem, ob man jetzt Anlagenbetreiber, Maschinenbauer oder Komponentenhersteller ist, haben wir verschiedene Lösungsbausteine entwickelt. Meist ist der Einstieg einer Einführung und Beratung in der IEC 62443, weil die wiederum ein ganzheitliches Sicherheitskonzept ist und sowohl für Anlagenbetreiber als auch Komponentenhersteller anzuwenden ist. Dann integrieren wir beispielsweise auch eine Netzwerkanalyse. Das heißt, wir gucken uns halt an, wo muss man das Ganze eigentlich integrieren? Was eine Netzwerkanalyse alles leisten kann, werden wir gleich noch einmal sehen. Auf der Komponentenherstellerseite ist dann vielleicht noch mal interessant, dass wir die auch komplett durchtesten. Das heißt, wir haben Testsoftware entwickelt, um eben die Komponenten dahingehend zu überprüfen, ob sie denn auch alle Sicherheitsanforderungen erfüllen. Gucken wir uns mal so einen beispielhaften Cyberangriff an. Also klassischerweise, wir sehen ja auch das Transportband in dem Lernkoffer. Dabei geht es einfach darum, dass ein Werkzeugträger von links nach rechts fährt. Das ist der Beispielprozess. Aber Transportsysteme findet man in der Produktion relativ häufig. Und deswegen haben wir den gewählt, weil es halt auch einfach zu verstehen ist. Das ist der physikalische Prozess, der im Endeffekt den Werkzeugträger von links nach rechts fährt. Das Ganze wird angebunden über ein Feldgerät an eine Steuerung. Und diese Steuerung kontrolliert im Endeffekt das Transportband. Das sendet halt immer Signale wie Motor an, Motor aus und in welche Richtung soll das Ganze gehen. Das Ganze geschieht über das Netzwerk. Das heißt, diese Motor an, Motor aus Signale werden über das Netzwerk von der Steuerung an das Feldgerät gesendet. Wenn man jetzt noch so einen Switch verbaut hat, die die beiden Komponenten miteinander verbindet, dann kann man beispielsweise als Angreifer sich in diese Kommunikation einschalten und im Endeffekt die Kommunikation auch auslesen. Das heißt, man weiß ganz genau, was kommuniziert die Steuerung mit dem Feldgerät. Beispielsweise kommt da jetzt ein Motor an, Motor aus Signal und kann dann eben darüber hinaus diese Aufzeichnung dann auch wieder einspielen, um dann das Transportband irrezuleiten. Das werden wir gleich in dem Angriff auch sehen. Mir ist es hier halt einfach nur wichtig, dass man einmal auch das Konzept versteht. Also welche Komponenten sind in so einem Angriff beteiligt? Worum geht es eigentlich? Es geht halt darum, dass diese Datenpakete verändert werden und dadurch der physikalische Prozess beeinflusst wird. Jetzt gibt es unterschiedliche Techniken, das Ganze zu überwachen. Das heißt, wir haben ja in der vorherigen Folie gesehen, da ist die Steuerung, der Switch und das Feldgerät. Wenn man jetzt in die Produktionsanlage geht, dann sind die ja meist komplexer. Hier haben wir mal drei Prozesse. Das ist ein Kompressor, ein Transportband und ein Roboter. Der Roboter nimmt jetzt beispielsweise ein produzierendes Gut von dem Transportband auf und positioniert es an einer anderen Stelle und dafür wird halt Druckluft benötigt. Da gibt es so den gewissen Venturi-Effekt, der dann aus Druckluft einen Unterdruck erzeugt, um dann eben das Ganze anzusaugen. Das heißt, wir haben hier drei Produktionsmodule, die jeweils eine Steuerung haben. Und jetzt sieht man eigentlich schon, ja, man kann solche Netzwerke überwachen. Man muss sich aber auch genau überlegen, wie man das Ganze integrieren kann. Das Ganze wird hier gelöst durch so eine Art Tab. Das ist so eine Komponente, die kann ich dazwischen schalten und die ermöglicht es halt, dass ich die Netzwerkpakete duplizieren kann. Das heißt, die komplette Kommunikation wird gespiegelt und diese Spiegelung, die kann ich dann auswerten. Häufig verwendet man dann solche Vorverarbeitungseinheiten, das sind so Sensorknoten, die nehmen diese Netzwerkpakete auf, analysieren sie und die Analysewerte werden dann im Endeffekt hochgelagert übertragen, sodass man dann nicht so eine hohe Netzwerklast erzeugt. Würde man jetzt den kompletten Datenverkehr die ganze Zeit spiegeln, dann hätte man dann irgendwann eventuell auch Netzwerkkapazitätsprobleme. Gut, das heißt, man hat jetzt überall diese kleinen Tabs integriert, die im Endeffekt die Überwachungspunkte sind. Das heißt, ich kann jetzt den kompletten Netzwerkverkehr von der übergelagerten Steuerung zu den einzelnen Produktionsmodulen analysieren. Und das wiederum kann ich rausleiten, wenn ich jetzt alle Sensorknoten miteinander verbinde und analysieren mit einer Analyse-Software. Das heißt, sobald hier ein Angriff stattfindet, kann ich das Ganze mit oder ich bekomme eine Nachricht, da läuft irgendetwas schief in der Kommunikation oder aber auch, und das ist auch immer ganz wichtig, eine neue Netzwerkkomponente ist zu meinem Netzwerk hinzugefügt worden. Das heißt, ich würde jetzt in der Produktion beispielsweise mein Notebook nehmen, würde das einstecken und meine Analyse-Software würde jetzt melden, oh, da ist auf einmal ein Notebook, das gehört da nicht hin. Und dann kann ich halt eben als Service-Mitarbeiter sagen, oh ja, nee, das passt, das ist mir ein Wartungsintervall, das ist vollkommen richtig, dass dieses Notebook im Netzwerk ist. Aber wenn ich jetzt ein neues Gerät entdecke, dann wiederum und ich nicht weiß, woher es kommt, dann sollte ich ja vielleicht als Service- Mitarbeiter auch einfach mal nachschauen, ob denn das so seine Richtigkeit hat. Und allein durch diese Erkennung, was im Endeffekt ein relativ einfacher Mechanismus ist, kann man eben dann auch schon sehr viel Überwachung in sein Netzwerk integrieren. Das heißt, der Angreifer würde jetzt sich in den Switch einstecken. Er hatte natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, ein Einfallstor zu nutzen. Häufig sind das halt auch direkte Office-PCs. Das heißt, wenn Sie jetzt Ihr IT-Netzwerk nicht getrennt haben von dem Produktionsnetzwerk, dann würde man am einfachsten wahrscheinlich der oder dem Mitarbeiter einfach eine E-Mail schicken, seinen Rechner infiltrieren, über diesen infiltrierten Rechner dann auf das Produktionsnetzwerk kommen. Und all diese Dinge kann man dann eben durch so eine Netzwerküberwachung zumindest mal mitbekommen. Ja, wir forschen auch in dem Bereich und in unseren Forschungsprojekten geht es dann darum, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich einen Angriff erkannt habe. Also beispielsweise, ich kriege eine Meldung, ja, da findet gerade folgender oder folgender Angriff findet gerade statt. Das heißt, was kann ich denn jetzt eigentlich im Produktionsumfeld machen? Das heißt, so ein Produktionsausfall, das heißt, meine Produktionsstraße steht still. Das wiederum möchte man ja verhindern. Weil das führt dann halt zu hohen Kosten. Das heißt, man muss sich schon ganz genau überlegen, wie man jetzt auf so einen Cyberangriff reagieren kann. Und in diesem einem Forschungsprojekt, da geht es halt darum, solche Produktionsmodule dann auch passend zu isolieren. Das heißt, desto genauer ich weiß, wo dieser Cyberangriff stattfindet, desto besser kann ich auf diesen Cyberangriff reagieren und beispielsweise sagen, okay, mein Roboter ist jetzt befallen oder unter Angriff. Das heißt, ich kann partiell den Roboter aus dem Produktionsnetz nehmen, aber habe dann vielleicht keinen kompletten Produktionsausfall. Man kann das eben kompensieren durch Mitarbeiter, der dann beispielsweise diese Flaschen von A nach B gerade per Hand überträgt. Und dafür verwenden wir halt maschinelle Lernverfahren. Das heißt, wir nehmen diese Daten, die wir hier aus den Sensorknoten kriegen, verwenden mathematische Lernverfahren oder maschinelle Lernverfahren und lernen daraus im Endeffekt so eine Art Verhaltensmodell. Und dieses Verhaltensmodell reichern wir dann mit mehr Informationen an, um das Lagebild und auch die Situation des Angriffes viel besser einzuschätzen. Und das Ziel ist dann im Endeffekt für den Service Mitarbeiter eine Handlungsempfehlung zu generieren, die einfach umsetzbar ist. Das heißt, isoliere beispielsweise den Roboter. So, als nächstes würde ich einmal zu meinem Mitarbeiter schalten. Der sitzt oder den haben wir live hinzugeschaltet in Lemgo. Ja, wir mussten aus Corona Gründen das Ganze so ein bisschen isoliert machen. Das ist halt mal her. Ja, hörst du uns? Ja. Sehr schön. Guten Tag. Ja, du kannst vielleicht einmal noch mal kurz die Netzwerkkomponenten im Koffer vielleicht einmal so mit der Hand drauf zeigen, sodass man das einordnen kann von dem Schaubild. Und dann einmal vielleicht auch erklären, wo jetzt der Prozess ist. Und dann vielleicht auch einfach den Cyberangriff durchführen. Aus dem Schaubild lässt sich entnehmen, dass der Prozess gesteuert werden muss. Die Steuerung befindet sich hier oben, wenn man das sehen kann. Genau. Die Steuerung ist über den Netzwerkswitch. Der befindet sich daneben mit dem Prozess verbunden. Der Prozess wird über einen Brustkoppler angesteuert. Dieser befindet sich hier unten. Und der beschriebene Förderbandprozess befindet sich darüber. Auf dem Förderbandprozess wird ein Werkstoffträger zwischen zwei Lichtschranken bewegt. Und der Angreifer versucht dann gleich diesen Förderbandprozess zu stören. Der Angreifer befindet sich hier und ist auch mit dem Netzwerk des Lernkoffers verbunden. Wenn der Angriff gestartet wird, reagiert das Förderband nicht mehr auf Änderungen der Steuerung. Das heißt, der Werkstoffträger fällt vom Förderband. Genau. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Wie kann ich den Cyberangriff passend darstellen? Also in dem Fall wird der Prozess gestört. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, bei so einer Produktionsanlage haben wir häufig auch Safety Anforderungen. Das heißt, es sind halt auch einfach Kosten an so einem Produktionsmodul. Das heißt, wir können das nicht einfach beschädigen. Ohne weiteres. Und hier haben wir auch häufig das Problem. Das heißt, wenn wir zu massiv dieses Transportband angreifen, dass das Getriebe im Endeffekt beschädigt wird. Ja, und das können Sie sich jetzt vorstellen. So eine Produktionsanlage, das sind ja Tausende von Euros. Die können wir nicht regelmäßig zerstören. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen problematisch. Was hier aber noch ganz interessant ist und deswegen vielleicht noch einmal zurückzuschalten zu dem Koffer. Das ist das Analyse System, was wir hier einsetzen. Da werden wir natürlich gleich im nachfolgenden Vortrag noch viel mehr Details erfahren. Aber das ist im Endeffekt ein System, was über den Switch verbunden ist und jetzt auch diese Angriffe erkennen kann. Carsten, kannst du einmal dir die Web Oberfläche aufmachen von dem Tool? Ja, mache ich. Das heißt, diese Analyse Software hat dann auch so ein Web Interface. Und da kann man jetzt im Endeffekt auch erkennen, dass dieser Cyber Angriff eben stattgefunden hat. Vielleicht einmal mit der Maus markieren, sodass man das sieht. Ja, genau. Und was halt viel wichtiger ist, ist auch, dass das System vorher erkannt hat, dass der Angreifer im Netzwerk sichtbar geworden ist. Das heißt, wenn der Angreifer dann das Netzwerk oder Teil des Netzwerkes wird, dann zeigt diese Software Lösung im Endeffekt auch an. Da ist ein neues Gerät und lieber Operator, schau doch mal bitte nach, weil das sollte nicht so sein. Und das heißt, ab diesem Zeitpunkt hat man eigentlich Zeit, darauf zu reagieren. Meist ist dazwischen ja ein bisschen oder verstreicht ein wenig Zeit zwischen der Angreifer ist im Netzwerk und der Angriff findet wirklich statt. Und dieses Fenster kann man nutzen, um dann entsprechend Maßnahmen zu ergreifen. Gut. Ja, vielen Dank nach Lemgo, dass es so geklappt hat. Das finde ich großartig. Ja, und hiermit wollte ich Ihnen einfach mal demonstrieren, wie einfach es ist, solche Produktionssysteme im Endeffekt aus dem Takt zu bringen durch einen Cyber Angriff. Okay, ja, super. Wir haben noch ein bisschen Zeit, sehe ich gerade auf der Uhr. Also von daher alles gut. Also ich sage mal, top in der Zeit, so will ich es formulieren. Genau. Die spannende Frage ist im Grunde, wenn ich das jetzt sehe, Lifehacking einer Produktionsanlage, die hatten eben das Thema angesprochen bei dem Herrn Hessel im Grunde genommen immaterieller Schaden. Ich will mal diese Szene so ein bisschen vorantreiben. Habt ihr Erfahrung im Grunde genommen über Schadenshöhen, die entstehen, weil im Grunde genommen durch Cyberangriffe Produktionsausfälle stattgefunden haben aus eurer täglichen Praxis? Also jetzt nicht referenzorientiert, sondern einfach mal so als Hausnummer zu geben, was für eine Bedrohung, also monetäre Bedrohung da im Grunde genommen auch entsteht. Ja, klar. Es gibt halt Produktionsstraßen, wenn die eine Stunde stillstehen, dann geht der Schaden halt in die Millionenhöhe. Und das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt möchte. Und so Produktionsanlagen, wenn die einmal ausfallen, fahren die auch nicht unbedingt gleich wieder an. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass dann die komplette Mechanik gereinigt werden muss und dadurch entstehen halt einfach immense Kosten. Okay. Und die sind halt sehr, ja, man muss sehr darauf achten, dass die halt durchgängig laufen. Okay, gut. 24-7 ideal. Ja, definitiv. Und das sind ja auch die Anforderungen. Ich meine, können Sie sich ja vorstellen, Sie möchten ja produzieren, Sie möchten Geld verdienen. Sie möchten ja keinen Produktionsausfall. Und das ist ja allein schon durch ein Fehlbedienen schon dramatisch. Und wenn das jetzt noch extern hervorgerufen wird, dann ist es ja ein erheblicher Schaden. Jetzt ist ja mit diesem Schaden immer auch, also mit diesem Schaden ist ja auch mal Geld verbunden. Das heißt auch die Androhung von Geld, also die Androhung von Schaden kann ja im Grunde genommen schon ein kriminelles Geschäftsmodell sein. Habt ihr Erfahrung, wo im Grunde genommen jemand andersrum erpresst wurde nach dem Motto? Ich drücke jetzt auf den Knopf. Und wenn du nicht zahlst, passiert das und das in deiner Anlage? Ist das in der täglichen Praxis schon mal vorgekommen? Ja, es ist halt häufig der Fall der doppelten Datenhaltung. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Es ist sehr essentiell. All diese Daten, die jetzt auch beispielsweise auf einer Steuerung sind, separat nochmal abzulegen. Und das heißt, wenn ich dann beispielsweise verschlüsselt werde von jemandem oder gestört werde, dann habe ich halt ein Backup. Im Idealfall kann ich dieses Backup einfach wieder einspielen und weiter produzieren. Okay. Ja. Aber so ein praktischer Fall, wo im Grunde genommen gesagt wurde, Zahl oder Überweise oder es steht, schon vorgekommen? Ja, definitiv. Es passiert ja ständig. Da muss man einfach sehr aufpassen. Natürlich nennen wir da auch immer keine Namen. Da sind wir sehr verschwiegen. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, Diskretion in dem Bereich. Okay, alles klar. Gut. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir haben jetzt zehn nach. Wir starten mit unserem nächsten Vortrag, wenn ich das jetzt richtig sehe.